hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen part von call of duty black ops 4 allerdings wie man sehen kann im kino modus ja gibt es nicht viel zu sagen deswegen genießt es einfach habt spaß und ja lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommi da um nichts mehr zu verpassen auch gerne die glocke aktivieren und jetzt viel spaß profit eliminiert sensor verfügbar feindlichen sanitäter ausgeschaltet drohne in der luft feind markiert gute nacht frisch beseitigt Sensor-Pfeil los. Sensor-Pfeil los. Information gewinnt Kriege. Ruin ist tot. Drohne bereit. Sensoren haben Ziel erfasst. Bewaffneter Kämpfer. Drohnen Energielevel bei 50%. Der Taktikeinstieg geht online. Der Taktikeinstiegsmarker wurde zerstört. Vorsicht. Puls geht raus Sensorfall einsatzbereit Recon autorisiert Drohnen einsatz Drohnen in der Luft und startet Überwachungskommarantion Drohnenzeit bei 50% Schütze 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 der Fall geht online. Sie sind erledigt. Drohne bereit. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Drohnen werden in dieser aufgerichtet. Drohnen gesattet. Kommando, setzen Sie eine Drohne ein. Specter Abschuss. Crash End. Bedrohung beseitigt. Drohne. Wyoming sind hier ein Neuen. Ich weiß nicht, sondern wir können selbst steigen. Sie werden normal nicht möglich, denn sie haben uns automatisch geholfen. Sein Mann hat sich mitgliedert, dann ist dergespräch auf ihre Seite. Wie lange ist das? Ich weiß nicht, dass sie sich regelt haben muss. Dreh bitte gut und kümmern. Trotzdem можно gleich weit mehr decken, die Verwaltung über die Verwaltung und die Verwaltung des Stabbedingungen verantwortlich sind. Recon autorisiert Drohnen einsatz Seraf lokalisiert Schütze 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 Schütze